herzlich willkommen zurück zu with them mit boro und dem nefi schneefi ja und mein spiel ruke gerade noch aber das ändert sich in 30 sekunden ohne lobios ohne lobi lobi schade ist es ja naja er war ja schon süß der kleine ja es hört gleich auf wie gesagt mir wurde gesagt oder uns wurde gesagt in den kommentaren dass wir wenn wir zusammen an dem zaubertisch hier stehen können wir auch ja das haben wir eine baufolge das haben wir freitag schon in der folge gesagt glaube ich denn dann können wir haben wir das gesagt ja ausprobieren könnte man ja ich kann noch einmal skillen die fragen natürlich was ich wollte ja fliegen können aber vielleicht ist leider gerade nicht drin vielleicht ist aus da brauche ich einen roten punkt ich weiß nicht wenn ich die roten krieg disperr also warte mal wie viele mimiche habe ich denn hier ich habe noch mehr meintwischen also ein freeze zauber wäre glaube ich schon ganz geil wo sind meine dias freeze vielleicht nicht wundern wenn es mir ein bisschen lauter wird mein mitbewohner hat gerade besucht ätzend ja ich finde es auch doof aber was soll ich machen soll ich free skillen warte mal ich skill hier noch hast du noch mimicheit ähm kann ich gleich mal nachgucken das wäre ganz gut wenn wir jetzt immer immer so immer unsere dias so ein bisschen erweitern ich habe auch noch mal dias gefunden in der baufolge aha ja so so stand über mein haupt ich habe sechs mimiche halt sechs ja das reicht dann kann ich noch mal können wir auf elf dias erweitern das ist schon mal ganz cool wo habe ich die dias da hingetan ich weiß nicht wo du die dias hingetan hast ich wollte jetzt adarantin ich komme mal rüber zu dir ich wollte jetzt meinen lagerraum auch noch das mache ich aber erst in den baufolgen wieder nach unten verlegen unter mein schiff wolltest du das ja ich finde das noch verwirrender ist also willst du unter das schiff nochmal erde bauen ja das sieht man aber nicht weil da geht halt nur ein gang lang weißt du da geht der gang lang da geht der gang lang da geht der nefi gang lang gang 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 der nefi lang ähm was willst du bei mir ich mach den nefi lang ah ich muss die seite öffnen hat ja keine ahnung was du hast du da willst du mir die mimicheit ja ich will da das ist mein aufweg da geht es dann in die nächste etage sieht ja schön aus wieso war ich so lange schon nicht mehr über dir echt mal nie kommst du mich besuchen ach ich hab Dias wo kommt die denn her oh Dias auf einmal hab ich denn die in der hand oh das wird jetzt das wird jetzt kompliziert was ich hier baue weil ich hab es ein bisschen verkackt das was was ach so scheiße äh so dann auf Motus mein Gott halt die Fresse was was tempel vor nein es ist ja nur spaß gewesen ich will es ja auch nicht ich will es ja auch nicht aber ich kann ihm das ja nicht verbieten die mimicheit hast du mir auch direkt gegeben klar klar cool cool so das haben wir äh vier Dias warte wo ist das was war ich dir jetzt hingepackt äh vierzehn Dias haben wir jetzt nice können wir richtig Party machen können wir uns Schwert erbauen für die Duelle Anne möchte uns ja gerne herausfordern mhm da steckt noch mehr hinter ja ich glaub die hat irgendwas die hat irgendwas jetzt wo sie mit Agipi aufgenommen hat hat die doch bestimmt irgendwas ah ok ja ok stimmt ein Blutaltar oder so ja gut dann müssen wir sie musst du sie nur früher herausfordern dann kann dir der Blutaltar auch nicht mehr helfen kann auch ablegen drei sechs sieben stimmt du kannst ablehnen wir können ablehnen was kann sie nix nix chimerite was war das dann nochmal chimi chimerite chimi chimerite alter das wird richtig laut gerade hier unglaublich voodoo war verboten was war verboten voodoo war verboten sag ich mir voodoo oder voodoo nicht verboten ich hab mal geguckt in die Regeln ne ja ähm in den Regeln steht steht irgendwo in den Regeln oder hab ich es übersehen dass man sein Inventar nicht sichern darf ähm weiß ich nicht geht das irgendwo weil theoretisch können wir dann einfach überall soulbound drauf zaubern und dann behalten wir unseren stuff ja aber dieses Buch zum Beispiel für die Zaubersprüche ist ja auch verboten ja man steht in den Regeln nirgends explizit das äh ne ne aber ich lass es lieber ich würd's okay finden wenn es nicht verboten wäre also ist schon doof mal seine Sachen alles zu verlieren so ich hab jetzt meine Diapikex weil ich glaub ich guck weil Dalu hat gesagt er hätte eine Obsidian Farm verstehe so und da für die Obsidian Farm brauch ich aber Redstone habe ich gesehen weil ich hab das in Dalu's Folge gesehen die arbeitet nämlich mit den Redstone Trick der gute alte Redstone Trick wo man den Redstone auf den Boden macht genau und gehen wir mal zu Dalu und holen uns mal ein bisschen Obsidian weil er hat uns ja erlaubt dass wir da dran dürfen was er hat uns ja erlaubt dass wir da dran dürfen ja nur die Kisten die er hier hingestellt hat sind halt für uns doof die können wir nicht benutzen so wie funktioniert das jetzt Schalter ah ok ah geil ok und da muss ich immer Redstone hinlegen genau du musst unten immer einen Redstone hinlegen ich hab mir auch mal so eine gebaut gehabt ah nein scheiße schon verkackt Nefi muss einmal man muss den Schalter jedes Mal ausmachen ok ist jetzt blöd ich glaube ich hab da das Farm kaputt gemacht ah toll ne doch nicht doch nicht doch nicht ok Lava und wieder ausmachen ok die ist umständlich aber ok gut besser als nix wo holt er sich die Anleitungen her wer hat ihm die Tipps gegeben Shigo ich komm nicht drauf es ging dir nicht mehr die Lava kommt raus nein es geht nicht mehr ah ich hab keinen Redstone hingelegt scheiße es geht nicht mehr ich hab keinen Redstone gelegt ok aber es geht nicht mehr so ich hab's zum Glück ist Feuer Dings aus das mit dem Redstone hinlegen ist echt kacke findest du ja geht eigentlich die groß hat er die gemacht die kann nicht so groß sein ne die ist riesig echt ja er hat die ziemlich groß gebaut hat er wieder übertrieben ja ok Redstone hinlegen Schalter umlegen ok das ist das einzige was man beachten muss ansonsten ist sie ja sehr easy es nein jetzt ging es wieder nicht es lag Redstone ich weiß es nicht dass es mich anhört mi 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 ich bin nur umfähig oh fuck jetzt brenne ich auch noch Dalu deine Kacke grüne Rune zwei Stück brauche ich noch es lag Redstone ihr hattet ein Redstone im Haus so ich lass das jetzt ich leg da jetzt wieder Redstone hin und geh vielter sehen ja achso ne die Steine hier müssen weg ne deswegen ging es nicht ok 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 so jetzt den Schalter jetzt müsste es gehen genau ok dann muss man dahinter gucken ob die Steine wieder weg sind oh ist die kompliziert da muss man so viel denken ok jetzt ist das Wasser noch da gut play 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 oh jetzt hab ich da hinten einen Stein weggehauen das wollte ich nicht was ist das im Film mit dem Zauberspruch da brauche ich mir ne Poison of Night Vision oder Potion Poison of Night Vision das ist natürlich umständlich das ist ziemlich umständlich ziemlich scheiße eigentlich so ja dann wird das gut wenn man wenn man diese Obsidian Farb verstanden hat ist sie eigentlich ganz cool dann wird das nix mit dem Zauberspruch und mir so jetzt lege ich ihm wieder mit dem Zaun hin so und jetzt gehen wir einfach wieder auf Wiedersehen alles kaputt gemacht jetzt gehen wir wieder so sind sie ja so sind sie die Hexer zack in mein Haus gesprungen so Zeit haben wir denn noch ja 10 Minuten noch ungefähr ok ich hab Kristalle so welche Kristalle geben mir denn was kann ich mehr so jetzt ist die Frage gibt der XP Kristall mehr XP wenn ich ihn auf so ein Obsidian Ding packe weiß ich nicht die werden doch alle verstärkt oder nicht gibt's XP Players Only Regeneration hab ich ein Magenta Crystal dann krieg ich nämlich immer Regeneration zu jedem Duell ich brauche ich dich brauche ich ich hab zumindest Crystal Shards und Magenta Crystal ich hab glaube ich auch einen Ganzen irgendwo drei Papier und ja so Speed Haste Haste ist auch toll gucken wir mal ob wir den bauen können so dann brauche ich noch so viel Gold werde ich nicht haben ja ne ich werde nur einen Crystal bauen können richtig ätzend so so ich mach mir jetzt hier einen neuen Zauberspruch weil deine hat ja nicht funktioniert was wäre dann witzig hier immer dieses Mobbing dass meine Sachen nicht funktionieren einen Haste hatten wir schon ne ja Rennen haben wir ja was ist denn der Unterschied zwischen Leap und Levitate Levitate ist schweben wenn man Englisch mich nicht in den Stich lässt gerade Levitate was brauche ich dafür Blank Rune Aum Windschirm Dust Leather Focus Power so jetzt habe ich Regeneration 2 in meinem Haus Tamarod zwei Stück bei Aum hast du noch 3 Gold ja komm mal schnell was mache ich das mit dem Pistall mal brauchst du noch was von mir ähm nimm mal 3 Dias mit Dias ich müsste mir mal merken wo ich das Zeug hinpacke das wäre ganz gut 3 Dias brauchst du eine Picke ok und es wurde in die Kommentare geschrieben warum ich denn nicht DALUS Air Seagal benutze DALUS ist bei uns im Team warum sollte ich von einem Teamkollegen den Blutaltar leer saugen ja das ist äh das wäre super suboptimal weißt du nicht also für uns ist geil für ihn ist halt scheiße ne ja für ihn ist kacke dann weißt du warum soll ich Teamkollegen manipulieren eben Bellparchment so guten Tag guten Tag ähm 3 Gold bitte schlechter Tausch warte mal kurz ich weiß wenn ich jetzt mich wenn wenn mich nichts nicht alles im Stich lässt dann kannst du glaube ich einen Zauberspruch mitnehmen ok ähm geh mal weg sonst sammle ich die Items wieder no white rune komische rot nimm was macht der schweben höhere geht nicht was was doch aber diese Geschwindigkeit ist das was gerade das schnellste ist ja mein Kind geht dann mal oh warte tschüss ah ne hoch geht's schnell deswegen deswegen leid an ne jetzt fliege ich raus ich schaff's doch raus lieb lieb ah ok ich hab ne Idee warte mal wenn ich den mit Speed kombiniere warte mal wenn du jetzt Speed machst warte ich komm selber raus warte ich komm selber raus ich hab das Icon auch verkackt das Icon ist total lächerlich du musst dann wie im Creative Mode Nyaa ich komm zum Duell ich komm zum Duell da benutze ich lieber Run und Leap selbst mit Run geht er nicht nee wofür braucht man denn Levitate kann man später schnelleres Levitate machen nee du kannst später fliegen ok wirklich behalt den Zauberspruch ich geh nicht davon aus dass du den haben möchtest nee behalt ihn ach das hat sich so scheiße angefühlt eigentlich war's ganz geil die Idee war ganz geil die Idee war gut aber die Arme waren zu kurz alleine das heißt schweben ok ok ja guck und dann so scheiße es ist total molly kacke ey hab ich noch Shards von nem Purple Crystal ah ne die XP Kristalle werde ich nie im Leben so aufgebaut haben toll dafür hab ich so viele Sachen ausgegeben so viele Sachen naja gut kann man nix machen ne oh ne gut den Purple Crystal lass ich mal hier stehen das ist mir grad zu heiß tun wir mal alles wieder zurück das brauchen wir jetzt nicht mach den Zauberspruch ja nicht nochmal ich kann das Buch genauso gut verbrennen ey voll sauer mit Gülle bewerfen oh scheiß so da kommt der Zauberspruch kommt auf jeden Fall ein mächtiger Zauber ja viel Spaß beim Schweden Leute ohne Scheiß das ist wirklich absolute Dreckskacke gewesen wie viele Schläge hab ich noch auf der Picke hier oh 105 sogar noch 105 105 ey ist total viel ne die Frage ist jetzt natürlich self hatte ich ja dann gemacht und da hatte ich ja levitate gravity well hm was heißt das gravity well ja ich müsste mir das eigentlich mal durchlesen das Problem ist wenn ich jetzt wahrscheinlich haste mit leaf mit levitate kombiniere ist das wahrscheinlich genauso wie wenn wir hintereinander zaubern mit dem run kann gut sein ne so meiner auch gerade, genau gerade ebenso. Ja gut, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Folge. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.